Bitcoin, die Altcoins, Ethereum, alles wird zerstört. Was sollen wir tun? Was machen wir jetzt? Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ja, ich bin immer noch in the pipe, 5x5x5, versuche am Leben zu bleiben, hier in Dubai. Derweil die Altcoins und Bitcoin und der ganze Kryptomarkt einfach kollabiert, wegen der amerikanischen Regierung und wegen diesen Regulierungen, weil sie eigentlich die Kryptowährung angreifen, und wir werden darüber reden, warum sie das tun, sie müssen das tun, wenn du Geld drücken kannst, und die Bevölkerung sind die Sklaven, und wir haben ein System, was das aufhalten kann, dann solltest du das angreifen. Ich sag's ja nur. Also, wer weiß, was auf uns zukommt, oder was sie tun, aber wisst ihr was, wir werden darüber reden, wie es in den Charts aussieht und was eintrifft, und warum wir gesehen haben, dass die Bitcoin-Dominanz sich umgedreht hat, und natürlich, wir werden sehen, was wir machen können, um diese ganze Katastrophe zu überleben, die jetzt gerade eintrifft für die Altcoins und im Kryptomarkt allgemein. Also mit dem gesagt, wenn euch das interessiert, das zu traden, dann könnt ihr rübergehen zu buybit.davincij15.com, okx.davincij15.com, da bekommt ihr einen Riesenbonus, ich glaube 60.000 bei okx und 40.000 für buybit, und diese Exchanges brauchen natürlich KYC, aber wenn du keinen KYC machen möchtest, dann könnt ihr zu 2bit.davincij15.com gehen, wo du 50 Bitcoin ein- und auszahlen kannst, pro Tag, und es gibt keine Probleme, und keine Fragen werden gestellt, sie wollen nicht erst wissen, wer du bist, und das ist der richtige Weg, und dafür steht Kryptowährung. Also lasst uns weitermachen mit den Nachrichten von heute. Wisst ihr was, Leute, es tut mir leid, euch so zu erschrecken, Bitcoin Wallet aus der Satoshi-Ära erwacht nach 10-jähriger Pause mit einem atemberaubenden Profit von 13.400%. Oh mein Gott. Ja, Leute, das sind Bitcoin, die am 9. April 2013 da eingezahlt wurden. Ich werde das erstmal ranzoomen, dass ihr das sehen könnt. Da habt ihr es. Und das war, wo Bitcoin bei 200 Dollar war, und eigentlich war das hier, als Bitcoin weiter und weiter nach oben gegangen ist, bis zu 266 Dollar, und dann ist es kollabiert runter zu 50 Dollar. Ich kann mich daran erinnern. Und das war ein Desaster. Nein, das ist nicht meine Wallet gewesen, von denen Bitcoin. Nein, ich mache nur Spaß. Aber ich kann mich daran erinnern, und ich weiß, dass ich all meine Bitcoin verkauft habe bei den 266 Dollar, und ich habe eine Limit Order, nein, eine Market Order gehabt, und was eingetroffen ist, die wurde nicht ausgelöst, weil Mt. Gox war sehr langsam mit der Ausführung dieser Orders, und das wurde nicht ausgelöst, bei 200 Dollar erst, und dann habe ich eine Kauforder gesetzt, und das war einfach nur Glück. Das war direkt am Boden, und ich wurde nicht erst ganz gefüllt. ungefähr bei 53 Dollar, in dem Bereich, und das war echt verrückt. Ich wünschte, ich hätte noch einen Screenshot von dem Moment, das war absolut wahnsinnig. Also, was geht ab in den Märkten? Oh Mann, diese Token-Delisting von den Exchanges, gefolgt von der SEC-Kryptoklage, und Robinhood hatte Angst, sie haben eigentlich sehr viele Kryptoassets geschlossen, die du kaufen kannst, auf Robinhood, und aus dem Grund, weil sie Angst haben vor der SEC, dass die hinter den Herr ist, ja, sie haben definitiv den Markt völlig aufgemischt, weil wisst ihr was, wir brauchen keine Kryptowährung, die die Leute schützt vor den Steuern, die die Leute schützt vor den eigentlichen ganzen Regierungsscans, wir wollen nicht, dass das eintrifft, also das ist, wo wir jetzt gerade sind, mit den Kryptowährungen, und wisst ihr was, sie müssen das versuchen, weil das wird ein Versuch, Kryptowährungen zu zerstören, und daran werden die scheitern, also das wird eine Bonusgelegenheit für dich sein, und ich werde das erklären, warum, aber geht sicher, dass ihr euch anmeldet, bei den Exchanges, bei 2Bit, .davincij15, nein, eigentlich 2, .davincij15.com, für 2Bit, oder Bybit, .davincij15.com, oder OKEx, .davincij15.com, die Links sind in der Videobeschreibung, Also, nur wenige Tage, nachdem die US-Aufsichtsbehörde, SEC, die Kryptobörse, Binance und Coinbase, wegen des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren verklagt, müssen sich Kryptounternehmen bereits, mit den Folgen auseinandersetzen, Binance, das am Montag von der SEC verklagt wurde, gab am Donnerstagabend bekannt, dass sie die Kryptobörse, US-Dollar Einzahlung aussetzen werde, auch Abhebung im US-Dollar, werden bereits ab dem 13. Juni ausgesetzt, und das hat dazu geführt, dass in Amerika, der Preis von Bitcoin, extrem hoch war, viel höher als auf der ganzen Welt, und die Leute haben, Bitcoin zu einem extremen Preis gekauft, also, das Blutbad, ihr könnt sehen, ziemlich brutal, aber ich werde euch noch, eine beängstigerende Chart zeigen, ich werde das hier öffnen, und ihr könnt sehen, das ist jetzt gerade auf der wöchentlichen Chart, ich habe das hier auf wöchentlich gestellt, wow, wenn wir auf die monatliche Chart gehen, ist Hacks noch schlimmer, ich weiß nicht, warum irgendjemand in Hacks investiert, eigentlich habe ich ein paar Leute getroffen, die mir gesagt haben, sie haben Hacks gekauft, und ich habe denen gesagt, steig aus, hoffentlich haben sie das getan, weil wenn sie es nicht getan haben, weil wenn du dir das anschaust, ja, 80%, oh mein Gott, bedeutet das, dass Hacks jetzt am Ende ist, ja, das könnte sein, aber don't hate it, don't date it, just trade it, also ja, wir müssen abwarten, was passiert in den Charts, weil alles wurde einfach zerstört, und lasst uns rübergehen zu Bitcoin, bevor wir die Sendung beenden, mit Bitcoin und Ethereum bei Irkens sehen, das war einfach nur verrückt, die Preisbewegung auf der 4 Stunden Chart, das ist einfach nur verrückt gewesen, sehr viele Stop Runs für Bitcoin, das ist einfach nur brutal, wenn du hier deinen Stop Loss hattest, wurdest du ausgewicht, und es ist einfach nur auf und abgegangen, ziemlich schwer zu traden, wenn es sehr viel von diesen Stop Runs gibt, die hier eintreffen, aber natürlich wurde ich hier ausgestoppt, bei dieser Short, ich habe nicht gedacht, dass es hier hochkommt, ich glaube bis zu diesem Widerstand, und dann dreht es um, aber nein, ich wurde ausgestoppt, und ich habe den Trade nicht mehr geöffnet, leider habe ich das nicht gemacht, weil es ist hier wieder runter, und wird es hier den Boden halten, höchstwahrscheinlich nicht, es wird höchstwahrscheinlich bis hier hochpumpen, bis zu dieser Unterstützung, die jetzt Widerstand ist, und dann wieder runterkommen, und lasst uns drüber gehen zur EZEHRung, aber bevor wir das tun, geht drüber zu www.davincij15.com oder okx.davincij15.com oder bybit.davincij15.com Die Links sind in der Videobeschreibung, hätten wir das hier getradet, das wäre viel einfacher gewesen, Hier hat es sich umgedreht und war sehr beängstigend, aber das war klar, dass Ethereum weiter runter geht, und Ethereum hat noch einen weiten Weg nach unten, bis wir diesen Trade schließen, und Binance Coin, ich habe da gestern drüber geredet, bei BNB auf Binance, gepreist in USDC, nicht USDC oder irgendwie sowas, ist bis zu 58 Dollar gegangen, wegen der niedrigen Liquidität, aber jetzt das hier, ist ein Horrorszenario, das ist ein Horrorszenario, für die Little Old Lady Strategy, das ist ein absoluter Horror, als ich das gesehen habe, wir haben darüber geredet, dass das ein klares Signal ist, das wisst ihr was, wir gehen nach unten, und das ist die Zeit, um Altcoin zu kaufen, und das hat sich einfach nur umgedreht, und warum hat das sich umgedreht, weil die Regierung, die ganzen Kryptowährungen angreift, und das ist natürlich, was abgeht, weil sie Bitcoin nicht so sehr angreifen können, wie die anderen Kryptowährungen, und das zerstört natürlich die Dominanz, für Bitcoin, und das bedeutet, dass Bitcoin sogar noch mehr Wert hat, als alle anderen Kryptowährungen, als die Altcoins, und warum? Weil die Altcoins sind einfacher anzugreifen, und das ist das Problem, und wir können sehen, wir haben diesen Bereich durchbrochen, und haben eine Kerze darüber geschlossen, und das bedeutet, wir können viel weiter nach oben, und wir können davon ausgehen, dass die Regierung noch mehr Kraft hat, weil sie haben das gemacht, sie haben gesagt, okay, wir werden das umdrehen, nicht wortwörtlich, sie haben sich nicht die Chart angesehen, und haben gesagt, wir drehen die Bitcoin-Dominanz um, sie haben einfach gesagt, wir müssen Kryptowährungen aufhalten, und boom, das war der Effekt, und es tut mir leid, ich habe wirklich gesagt, dass wir dampen, und dass wir jetzt kaufen müssen, und als wir wieder in diesem Dreieck waren, in diesem symmetrischen Dreieck, das war eine gescheiterte Bewegung, resultierend in eine schnelle, in die gegenüberliegende Richtung, das war garantiert eine gescheiterte Bewegung, mit dem Pump weiter nach oben, und das ist eine klassische Bewegung im Traden, wir sehen das immer wieder, wenn immer das scheitert, und du eine Formation siehst, die scheitert, und wieder reinkommt, dann musst du das akzeptieren, dass das eine gescheiterte Bewegung, resultierend in eine schnelle, in die gegenüberliegende Richtung ist, meistens, nicht immer, aber meistens, okay, ich hoffe, ihr habt was gelernt heute, und euch hat diese Sendung gefallen, wenn euch das gefallen hat, drückt Gefällt mir, unabonniert, und hinterlasst einen Kommentar in den Kommentaren, das würde ich wirklich sehr schätzen, und wir sehen uns morgen, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.